Willkommen zu einer Runde Pac-Man! Hahaha! Hallo! 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 Moin! Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt! Wir sind noch wieder zu dritt und ist total abgefahren und dieser Spielmodus hier heißt Pac-Man und der geht so, da gibt es einen Pac-Man und die anderen sind Geister. Wir sind jetzt Geister und wir müssen den Pac-Man suchen und wenn wir ihn haben, dann müssen wir ihn hauen! Okay! Ich weiß nicht, okay! Sehen! Echt? Du siehst ihn! Ich lauf hinter Fischkopp her! Ich lauf einfach, ich lauf grad irgendwo hin! Schade, dass keiner von uns ein Pac-Man ist! Ah, nein! Ah, da ist der Sonnyblum! Hier irgendwo war er! Aber ich bin nicht Pac-Man! Da hinten! Da ist er! Ah! Ich hab ihn! Juhu! Oh, nice! Ich bin aber auch echt gut! Ja, Fynn! Da ist der Fuhrmannschuh! Ich hab keine Ahnung! Warum hast du schon wieder keine Ahnung? Ich hab... Wo sind wir hier? Wie seht ihr den? Wende Pac-Man! Und man sieht ja, und das ist wie gesagt das Problem des Pac-Mans, man sieht sein Nameplate, wenn er nicht Shift drückt! Das heißt, achte drauf! Also pass mal auf! Meine Taktik ist es, nicht da zu sein, wo alle anderen Spieler sind! Wo alle anderen Geister sind! Weißt du? Verstehst du? Verstehst du? Ja! Ja, ja! Und das ist die Chance größer, dass du auf dem Pac-Man ist! Und wenn er dann Angst kriegt, dann läuft er los! Und dann lässt er Shift los! Verstehst du? Verstehst du? Ja, okay! Okay, so ungefähr! Jetzt sind wir alle natürlich kacke! Das hab ich grad gefreut! Macht's doch keinen Sinn! Außerdem sind wir viel zu wenig! Wir sind nur sehr wenig! Das ist sehr, sehr ärgerlich! Ist das so groß hier? Ja, es ist ein bisschen groß! Ich war ja noch nie hier! Das ist riesig! Und ich hab keine Ahnung... Hast du öfter, oder? Versteh ich nicht! Also mit so wenig Spielern ist das für den Pac-Man eigentlich ziemlich einfach! In dieser Map hier! Ja, ich merk schon! Wir haben ja eben eine Map gespielt, da waren die Wände nur einen Block hoch! Das war total witzlos! Irgendwie! Oh! Ich hör's Power-Up! Aber wenn der hier 15 Leben hat, dann... Ja, das ist zu viel! Und das sind 3,2 Sekunden! Also es gibt hier auch... Für die Zuschauer nochmal! Es gibt hier auch Power-Ups, wie man sie kennt aus Pac-Man! Wenn der Pac-Man die einsammelt, dann kann er die Geister essen! Da ist es! Ah! Wenn man da nah rangeht! Oh! Das ist übel, wenn man da nah rangeht! Ja, ja, dann macht's so... Ja, genau, so macht das! Ja, ja, so macht das! Ganz genau so, eins zu eins! Ich find den Pac-Man nicht! Ich find den Pac-Man nicht! Puh, komm mal mit! Puh, komm mal mit! Wieso gibt's hier Leitern? Wieso gibt's hier Leitern? Komm mal mit! Ja! Geh du mal voran! Da ist Hanni! Hanni? Ich will auch mit! Komm mal mit! Oh! Oh! Watt, watt, watt! Ich bin blind! Noch eine Information am Rande für alle die Zuschauerung! Hier bin ich! Diese Runde hier kann man sich auf allen unsere drei Kanälen angucken! Die sind alle verlinkt in den jeweiligen Beschreibungen! Also... Ihr habt die Wahl der Qual! Karl der Karl! Ja, aber wirklich! Die Qual! Wessen Perspektive hier? So, hier ist dein Herzplan! Nein, nein, nein! Der Plan war, dass wir nicht zusammen gehen! Pass mal auf! Einer geht jetzt... Okay, ihr macht das schon! Ja, aber dann sag doch mal was! Geh du mal da lang! Ich geh hier parallel! Okay, ich geh hier lang! Geh ich hier lang! Okay, ich geh hier lang! Ja! Ja, und jetzt geh ich hier lang! Ach, da ist jetzt noch ein anderer! Nee, da ist Fisch! Ach, nö! Kann man... Was ist das hier? Hey, you have my... Oh, süß! Also... Äh? Wo ist der... W-w-w-w... Das ist doch... Ah, ich hab ihn! Ah, er hat ihn! Haha! Sehr nice! Sehr schön! Er hat sich hier in die Ecke gestellt und auf Schiff gedrückt! Ach, da kann man auch sein! Also eher... Der Schweine-Schwein! So, habt ihr schon das Dayplate gesehen irgendwo? Ich lese jetzt gerade Merkwürdig. Was ist das? Was ist das, wenn das immer Ding Dong ist? Ich seh's! Aua, aua, aua! Jetzt hat das Schiff gedrückt! Jetzt hat das Schiff gedrückt! Ich warte! Warum weißt du das? Weil man das Dayplate nicht mehr sieht! Jetzt ist es wieder weg! Es war kurz da! Da ist es wieder! Ah, ich hab ihn! Ich hör's... Wann ist dieses Klingeln? Dann bist du, glaube ich, in der Nähe vom... Von dem Power-Up! Von dem Power-Up, genau! Oh, oh! Ach, das... Genau! Das frisst dich, wenn du zu Nord rangehst! Ah! Das ist ein ganz gemeiner Stern! Puh! Hinter dir! Hinter dir? Hast du ihn? Oh nein! Der hat das Po ab! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay, ich hab ihn ganz kurz gesehen! Pac-Man! Aber ich hab ihn auch noch erwischt! Wir haben uns gegenseitig gekillt, offensichtlich! Übrigens! Ich seh ihn! 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 Oh, da ist er! Da ist er! Da ist er! Jawohl! Nice! Wie der immer wieder hierher kommt, das gibt's ja gar nicht! Die Ratte! Ich wollte noch mal kurz zu Ende sagen, ich werde in meiner Beschreibung verlinken so ein Programm, also eine Seite im Internet, da kann man verschieden viele YouTube-Videos nebeneinander sich angucken! Kann man auch drei sehen? Das ist ehrlich! Ich weiß nicht, ob man drei sehen kann! Ich glaube... Oh, hier ist er! Oh, ja! Ich hab ihn! Oh, nice! Oh, Fischkopf geil! Super Teamwork! Der steht echt in der Ecke und duckt sich, die kleine Ratte! Ja! Da ist er wieder! Wo denn? Wo denn? Da! Ja! Da! Oh Gott, ich seh nichts! Da ist er! Oh, nice! Aber Fischkopf! Räumt alles ab hier! Oh! 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 Da ganz hinten! Andere Ecke! Was denn? stole die Ecke? Oh, ich sehe! andere Ecke! Ich sehe ihn! Wo hast du ihn? Geht n� пошoph! Da ist er! Wait! Na klar! Na klar! Wie soll man das denn packen? Wir sind zu wenig Leute! Ja, ihr muss ja auch wirklich mit mindestens fünf Geistern. Wohm Geistern. Man kann nicht springen übrigens! Nee, man hat's Schuhe an, oder? So komische. Oh, 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 oh. So. Was war das denn, ja? Das war jetzt Schmerzer. Ganz schnell. Hier, rechte Maustaste. Wo denn? Rechte Maustaste und dann dieser blaue Ball. Blauer, blauer Ball. Slenderman, okay. Machen wir so ne kleine Vorstellungsfolge. Jetzt spielen wir das Spiel Slenderman. Wir sind übrigens auf dem Server, äh, 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 Dance or Kate. Alles in der Beschreibung drin. Und jetzt gucken wir uns mal hier. Könnt ihr mal gucken, bitte? Ich guck doch schon. Hier, not joinable, nee. Join, bitte, join, hier irgendwo. Ist hier dann irgendwo was drin? Nee, ach so, not joinable. Sind alle leer, bis auf einen. Wo denn, ja, welcher denn? Cool, cool. Also ist dort keiner da, irgendwie. Es ist... Keiner will mit uns spielen. Es ist dort keiner da, der mit uns spielen möchte. Hätte ich mal meinen, meinen Tiger-Skin behalten. Ja. Wenn Leute kommen in Masken. Das war hier irgendwie so ne ganz tolle Idee, ne? Ja, dann seh ich so ne ganze Arte. Jetzt erzähl das nicht. Und dann meinte er, jo, hier ist ein Tiger. Nee. Ein ganz gefährlicher Tiger. Ja. Hier, not joinable. Ach, shit, Leute. Shit. Die sind grad mitten im Spiel, wa? Ja. Ich frau mich grad, ob das was bringt, wenn wir irgendwo aufgehen einfach. Aber wir müssen ja andere Leute hier auch rumlaufen sehen, oder? Wenn hier welche wären. Oh, da ist einer. Der Elite-Miner. Hey, Elite-Miner. Komm mal mit. Komm mal mit, komm mal ran. Nein. Sollen wir auf den ersten gehen? Ganz oben? Na gut. Na gut. Bittertauen. Ups. Hä? Komm mal gar nicht drauf. Nee. Jetzt. Ah, jetzt. Sehr gut. Ist das so schlau, dass er mitkommt, oder nicht, oder was? Ich weiß nicht, worum geht's denn überhaupt? Also, ich erklär mal kurz. Ja, bitte. Ohne ist der Slenderman. Okay. Die anderen nicht. Ist auch Slender Woman. Nein! Oh. Oh. Ohne ist der Slenderman. Ich weiß gar nicht, warum ich mich da ruhe. Ja, gut. Und die anderen können halt nur ... Jetzt ist bei Seben des Brian. Sprink mal. Die immer Gefährten. Und Gefährten. Und Frau. Seid ihr schon mal gesprungen? Ja, das geht gar nicht mal so gut. Also, man kann nicht so richtig schön weglaufspringen. Der Slenderman ist unsichtbar die ganze Zeit. Und kann sich aber sichtbar machen. Nur wenn er sichtbar ist, kann er die anderen hauen und aufessen. Nom, 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 nom. Ich glaube, er ist auch schneller als die Spieler, soweit ich weiß. Also, alle Spieler müssen wegrennen, vor allem. Die Spieler müssen vor allem die Seiten finden. Ah, ernsthaft? Ach, das gibt's auch. Oh Gott. Wie im echten Spiel. Da haben die ja das komplexe Spielsystem von Slender hier implementiert. So ähnlich. Mein Gott, was muss das nur für ein Aufwand gewesen sein? Das ist ein hochkompliziertes Spielkonzept. Es gibt auch überall so kleine Schilder. Lass ihn doch mal ausreden. Geschichtensacken stehen. Was? Ja. Jetzt hab ich... Könnt ihr euch jetzt selber aufdenken, wie das Spiel hier funktioniert. So. Okay. Also, das geht so. Man drückt da drauf die roten und dann kommen Einhörner raus. Und auf den... Wo sind die Einhörner? Wo sind die Einhörner? Wo sind die Einhörner rumkommen? Das Spiel ist gebrochen. Das Spiel ist gebrochen. Ja, ähm... Können wir das nicht zu dritt spielen? Mhm. Also, ich find das Spiel bisher richtig cool. Total Laune. Be Slenderman. Sorry, but you do not have enough bytes passes to use this. Ach so. Wenn man genug... Ach man darf das gar nicht... Ach so. Ich glaub, wenn man genug Punkte hat, dann kann man auch mal sich das aussuchen. Sonst wird einer durch Random entschieden. Jürgen, wir kommen zur neuen Runde. Was... Wie heißt das denn eigentlich, Leute? Ich... Slenderman. Dance Arcade. Dance Arcade. Das letzte war Hive. Jetzt ist Dance Arcade. Oh, es geht schon los. Oh Gott. Oh Gott. Es geht los. Okay. Und wir sind blind. Wir sind alle normale Menschen. Und wir müssen Seiten suchen. Wie? Und wir können nur so langsam laufen? Ja, wir sind... Wir sind erstmal langsam. Und wir sind... Hallo, wir sind voller Furcht. Wo ist denn hier der Ausgang? Und der... Und es ist übrigens sehr dunkel. Es bringt gar nichts, das aufzunehmen. Auf dem Mond. Okay. Stimmt. Ist nicht so interessant. Brightness bright habe ich schon. Bei mir geht's. Ist auch voll. Also hier ist total dunkel. Boah, ich finde den noch nicht bei den Ausgang aus der Startregion. Ich bin hinter dir. Das ist gut. Obwohl zusammenlaufen ist nicht so schlau. Ja, weil dann kann er uns gleich beide... Dann bumm, bummst er uns gleich beide. Der Slenderman ist eigentlich die ganze Zeit unsichtbar. Bis auf, wenn er drückt, dann ist er nicht mehr unsichtbar. Und dann... Und dann kann er uns essen. Aber nur dann kann er uns essen. Kann man schneller wegrennen, wenn er in der Nähe ist? Man kann sprinten so ein bisschen. Oh yeah, da geht die Essensleiste aber ganz schön schnell hin. Stimmt. Die Essensleiste ist deine Stamina-Leiste. Die führt sich aber auch wieder auf. Ah ja, okay. Nach ein paar Sekunden geht die wieder voll. Ich sehe gar nichts. Oh, die Schrift blendet mich sogar voll. Ja. Vor allen Dingen ist hier viel zu hell und alle... Ach Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich sehe noch nicht mehr, wo ich hinlaufe. Oh mein Gott. Ey, such Seiten, Leute. Ah! Oh Gott! Oh! Your light went out! Zwischendurch geht das Licht aus, dann sieht man gar nichts. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich will noch raus! Ich will noch raus! Wie sie alle Angst haben! Der Flender Man! Alter! Wir brauchen noch so Facecams, die wir so auf uns richten, wie ein Blair Witch. Oh 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 oh! Mit so Rotzblasen aus der Nase. Oh ja! Oh ja! Wieso weißt du, wie ich aussehe? Ist das okay? Was ist hier? Blut! Oh! 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 Ich glaube, ich habe eine Seite gefunden, Leute. Ich habe eine Seite gefunden! Oh oh! Ich sehe immer noch nicht, wo ich hinlaufe. Oh yeah! Oh yeah! 24? Oh oh! Ich habe noch nicht mal eine gesehen. 24? Ach du Kacke! Wie sehen die denn aus? Die sehen aus, das sind so Papierstücke in Bilderrahmen. Ach ernsthaft? Ja! Das heißt, die müssen an den Wänden hängen. Ich gucke immer auf den Fußboden. Oh jetzt wird's blurry! Oh mein Gott! Ich glaube, er ist hinter mir! Er ist hinter mir! Oh nein! Lauf! 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 Oh Gott! Oh nein! Gott! Oh mein Gott! Nein! 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 Oh mein Gott! Lauf! Lauf! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich seh nichts! Oh Mann! Alter, dieses Spiel bringt mich um! Hilfe! Hilfe! Ah! Schrei doch mal nicht so! Das heißt, ich bin in Sicherheit. Wenn er beim Fisch ist und der Fisch nicht bei mir ist. Nimm den Fischkopf! Nimm alle anderen! Nimm dich nicht! Du bist ja ein toller Held. Das hast du doch gerade gesagt! Aber ich wollte gerade sagen, dadurch dass ich das Mädchen bin, muss ich natürlich auch sterben. Achso! Ich werd gleich stolpern, mir den Knöchel verstauchen. Nein, 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 nein! Wobei ich mir nicht so sicher bin, ob Fisch... Immerhin bist du nicht schwarz! Oh shit! Okay, ich bin tot! Oh Gott! Ich bin tot! Oh Gott! Oh, ich kann spektaten! Ich habe keine Ahnung! Das ist nicht schnell! Du kannst mich mal führen! Ich seh nämlich überhaupt nichts! Ich weiß nicht, woher ich bin! Weil hier die Sonne so rein scheint auf meinen Bildschirmen. Ich seh nur schwarz ohne Unglum! Spektate a player! Ja, Fu Manchu! Sag mal geradeaus, links, rechts! Kannst du den Slender auch sehen im Spectator? Ich hoffe doch nicht! Oh, aber nicht, ne? Nicht Pets! Ähm, Fu! Ja, ich lauf gegen ne Wand oder so! Ja, ich lauf gegen ne Wand! Oh! Oh, 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 oh! Ich hab keine Angst! Ich hab keine Angst! Hallo? So, jetzt rechts oder links? Kann das sein, dass du nach oben guckst? Gott, fuck! Ich seh gar nichts! Okay, doch da ist, glaub ich, der Horizont! Okay, ich hab den Horizont! Okay, gut, gut! Hier! Aber du kannst dich ja gar nicht fürchten, wenn du gar nichts siehst! Ja, das ist so! Das ist ja doof! Du siehst gar nichts! Ich fürchte mich grundsätzlich! Okay, also an dieser Stelle sei doch mal gesagt, man kann sich das alles auf allen unseren drei Kanälen angucken! Ja! Also wenn ihr nichts sehen wollt, könnt ihr auch zu Fu-Manschuhen gehen! Oder wenn ihr jemanden sehen wollt, der nur nach oben guckt oder gegen Wände läuft! Ich muss hier gleich irgendwie nochmal... Ich hab Schritte gehört! Du gehst zurück zum Brunnen, das möchtest du nicht! Okay, ich muss hier in die Richtung, da sehe ich zumindest irgendwas am Horizont! Ja, das ist gut! Geh mal weiter links! Ja, genau! Und Springen ist ne blöde Idee, ne? Oh, ich seh! Geradeaus! Ich seh dich! Geradeaus, okay! Ich seh den Fu-Manschuhen! Oh Gott! Wenn du mich jetzt hier irgendwo... W-w-w-w... Oh, da ist das Lender! Lauf! Wo ist das Lender? Nein, da ist kein ganzes Lender! Nein, da ist kein ganzes Lender! Oh Gott! Ich hab ihn grad gewonnen! Lauf links! 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 Da, wo's rot ist! Siehst du das Rote? Ja, 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 ja! Oh Gott! Ich seh gar nichts! Sprich tot! Lauf ich richtig... Ist das mein Gewissen? Da ist die Seite! Da ist die Seite! Wo? Da! Oh, hier! Oh, hier! Wie komm ich da rein? Nein, nein! Alter, der ist... Oh Gott! Ohhhh! Okay, ich hab was Gutes gemacht! Ohhhh! What the... Fuck! Oh Gott! Kann ich hier rein? Wir bleib hier in der Ecke stehen und... Uh! Ah! Das war mir das! 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 Ja! Aber das ist wegen dem Lichteinfall hier! Du wolltest mal die Klappe halten! I will dir die Klappe! Ich seh nichts! Ich geh nicht hin! So! Honey! Sprinter?! Sprinter! Sprinter... Sprinter! Du sprinnest gar nicht! Ich weiß, ich bin gleich tot! Ich will nicht sterben! Ich bin zu jung zum sterben! Dreh dich mal auf! Nein, ich drehe mich nicht um. Da ist er ja gar nicht. Wieso ist der da nicht? Aber der war doch da gerade. Hörst du es? Du sprinterst ja gar nicht. Ich weiß. Er ist genau bei dir. Er hat sich nur noch nicht dazu entschieden, dich zu töten. Wo ist er denn? Lauf, lauf. Die läuft, lauf. Mach doch doppel weh. Mach doch doppel weh. Oh Mann, der hat dich gleich. Er ärgert dich nur noch. Oh, ist der krass. Da ist er. Ich komme nicht hier hoch. Der tötet dich einfach nur nicht auf Bock. Der spielt mit mir, oder? Der spielt mit dir. Und bald spielt er mit deinem Eingewalt. Ich habe doch gar keine. Nehmen wir mal einen Stuck Kaffee, solange ihr hier beschäftigt seid. Alter, könnt ihr jetzt mal bitte aufhören, mich hier... Das ist doch Tierquälerei, was haben wir denn gemacht? Hä? Ja, der ist ganz schön weit hinter dir jetzt, du. Du schwindelst doch. Ich sehe ihn ja auch. Ich bin ja tot. Ja, aber trotzdem, das hält dich ja nicht vom Schwindeln ab. So, ich bin in der Kirche. In der Kirche bin ich sicher, oder? Ja, naja. Ja, absolut. Warte mal, guck mal links. Links? Ah, da ist er. Ah, ah, oh, ah. Wieso tötet er nicht den Weg? Ich weiß es nicht. Das verstehe ich nicht. Der Arsch. Dann geh doch mal zurück. Geh mal zurück zum Altar, wenn er dich eh nicht tötet. Da war, glaube ich, eine Seide. Dann war, glaube ich, eine Seide. Ja, ich kann doch gerade nicht. Er tötet dich doch eh nicht. Doch, jetzt. Oh, war das aufregend. Oh, ich gehe kaputt. So, zwei Leute noch. Fumanschu. Ich habe gerade meinen Bildschirm auf extremste Helligkeit gedreht, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Okay, hier bin ich falsch. Jetzt sehe ich zumindest ein bisschen was. Wie kann ich denn zuschauen? Das machst du doch automatisch. Aber unten, wenn du den Totenkopf auswählst und dann drückst, dann kannst du aussuchen, bei welchem Spieler du zuschauen möchtest. Das ist ja toll. Das ist die Zukunft heute. Warum wackelt das so bei mir? Weil das bugt, glaube ich, ein bisschen das Zugucken. Warum bugt das so? Puh. Ja. Ist okay, lauf mal weiter. Naja, du machst das schon. Lauf ich ihm in die Arme? Ich weiß es nicht. Er war ja vorhin bei der Kirche noch eben. Du bist der Letzte. Was ist denn eine Kirche? Nee, ist das noch nicht. Doch. Warum steht da Player's Left? Nein, G-Monster. Player's Left 1, stimmt. Und wenn bei mir das Licht aus ist, ist er sichtbar, oder was? Nee, nur er kann entscheiden, wann er sichtbar ist. Okay. Geh mal weiter links. Ist das hier die Kirche, wo ich hier bin? Nein, das ist nicht die Kirche. Das ist ein Holzhaus im Wald. Was gibt's da? Okay. Hey, Puf, du klingst irgendwie wie der Stalker, der mich immer anruft. Der mich immer stalkt? Hallo? Oh ja, hey. Sorry, dass ich heute noch nie angerufen habe. Ich bin's übrigens nicht, ne? Was? Ich bin nicht der Stalker. Ich kling nur ganz komischerweise, ganz zufällig so ähnlich. Das ist eine Seite. Geradeaus, geradeaus. Was? Nein, links. An dem Ding vorbei, oder was? Rechts, links. Da. Ja, ja, ich seh's. Echt, wieso seht ihr das? Ach, jetzt seh ich's auch mal. Ich hab's auch, ich, ja, ja, es ist echt schwer zu erkennen. Ja, aber jetzt haben wir schon 3 von 24. Wow, es ist hell. Wir haben gewonnen? Ja, wir haben gewonnen, genau. Ja, wir haben 3 von 24 und noch 6 Minuten fast. Also haben wir gewonnen quasi, wenn du's hoch rechnest. Ja. Rechne mal. Boah, das mit diesem Springen ist, äh... Aber so groß ist die Map doch gar nicht. Wo sind denn die ganzen Seiten? Doch, die ist schon groß. Die kommt uns noch nicht so groß vor. Achso, weil wir eh immer im Kreis rennen. Oh, ja, weil wir nicht seh'n. Ich seh' nix. Ja, du rennst doch gegen den Baum. Nein, nach rechts. Ja, ich seh' ich. Nach rechts, nach rechts. Ja, genau. Oh, Mann. Okay, hier. Geh mal da rein. Kennt ihr noch der heiße Draht? Ich muss hier gleich mal was, was, was... Ja. Das Spiel, meinst du? Ja, dieses rechts, 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 hoch, hoch, hoch. Mach ich selbst, mach selbst. Ja, ja. Ja, das hab ich doch... Das hab ich doch mal in der Aufnahme erzählt. Das hast du erfunden. Ja, das hab ich doch mal in der Aufnahme erfunden. Das sowieso. Du bist ja nicht nur Let's Player. Da hab ich das schon mit Leuten gespielt. Oh, ja. Sondern auch Spiele erfinden. Da gab's auch noch gar keinen Strom. Wann gab's Strom? Wann gab's Strom? Was leuchtet denn hier? Wann gab's Strom? Wer weiß das? Ähm, 1800... Schon ein bisschen länger als 34, glaube ich. Hm. Hä? Wann gab's Strom? Ich... 1897. 1897? Ich hab keine Ahnung. Ich... Ich... Auch nicht. Ich wage das anzupackern. Wieso, was sagst du? Ich sage... Und da kommt nämlich wieder dieses geile Spiel. Es gibt nämlich so ein Kartenspiel. Hab ich schon erzählt? Bestimmt. Da hast du einfach so einen Stoß Karten. Und das Spiel geht so. Du nimmst einfach eine Karte raus. Und dann nimmt jeder Spieler immer nacheinander eine Karte raus. Und da steht irgendwie ein Ereignis drauf. Wie zum Beispiel, da kam Strom. Oh, vor dir. Der ist vor dir. Der ist vor dir. Ich seh nichts. Ich seh auch nicht mehr, ob ich vorwärts oder rückwärts mache. Ich hab keine Ahnung. Er spielt nur noch mit dir. Er spielt nur noch mit dir. Ja, er ist... Ja, jetzt ist er vor mir, ne? Ja. Ich seh, es hat Kraft. Das ist aber auch... Ich mein, das System für den... Für den Dings ist ja ziemlich einfach. Ja, der spielt ja megamäßig mit dir. Jetzt seh ich das auch mal. Ja, dass man an dem vorbeiläuft. An dem Spieler. Jetzt ist er wahrscheinlich gerade an mir vorbeigelaufen. Jetzt muss ich mich umdrehen und wieder... Er ist genau neben mir. Der nimmt dich die ganze Zeit von hinten. Oh. Oh, mich fragt die gerade jemand. Oh, meine Ahnung. Dreh dich halt mal um und schlag mich. Kann ich überhaupt was mit dem machen? Kann ich den irgendwie durch? Ne, 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 den kannst du weglaufen. Naja. Mich fragt hier gerade jemand auf Facebook. Fischkopf, muss man The Hive kaufen? Nein. The Hive ist ein Free-to-Play-Server. Du brauchst einfach nur die Adresse eingeben. Die ist immer in der Beschreibung unter den Videos zu finden. Und dann kannst du einfach Minecraft anmachen und auf diesen Server gehen. Juhu. So sieht es aus. Genau. Alle diese Server funktionieren aber nur mit einem original Minecraft-Account. Weil euch gecrackte Minecraft-Besitzer schanden über euch. 20 Euro ist ja echt wenig. Ich gebe denen gerne Geld. So. Ja. Das war eine kleine Einführung in Dan's Arcade-Server. Und zwar ganz genau Slenderman-Geschichte. Quatsch. Und in der nächsten Folge werden wir euch zeigen das wundervolle Spiel Pac-Man. Oder, Leute? Oh, yeah. Okay. Yes. Bitte? Schon wieder? Noch? Ja? Vielleicht? Yeah. Okay. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.